Hey, hey, habt ihr, habt ihr Typen schon mal drüber nachgedacht, mit welchem Handynetz Jedis telefonieren? Nein, hab ich nicht. Halt die Klappe! Yoda-Phone! Ach. Du! Du hast mich das letzte Mal enttäuscht! Wer von uns? Du! Weil du so blöd fragst. Hör zu, ich bin eigentlich hier, um ein brandneues Laserschwert auszuprobieren. Seht her, das Instrument deines Todes! Oh, ne Luftpolsterfolie! Okay, Leute, was ist der Plan? Hä? Oh, wow, es hat diese Ion-2-Schmelzkristalle! Das ist geil! Oh, bitte nicht! Fusionskern ist nicht im Lieferumfang enthalten! Gib mir den Adopter! Ja! Okay, männlich in weiblich! Steckerei! Du hast mich das letzte Mal enttäuscht! Pink? Ich kann auch keinen mit einem pinken Laserschwert töten! Oh, Gott sei Dank! Äh, hier steht, ihr könnt die Farbe anpassen! Moment! Ah, hier, grün! Grün ist ne böse Farbe! Hier steht, das wäre eher für Jedi-Ritter! Für Jedi-Twitter? Hä? Rot? Sangria! Blau! Gewitterwolken! Gelb? Sand! Orange! Orangenes Eis am Stiel! Wer hat die Dinger benannt? Na ja, egal! Deine Zeit ist abgelaufen! Was? Und der Sicherheitsmodus ist an! Sicher? Was hat ein Sicherheitsmodus in einem Laserschwert zu suchen? Oh, sowas ist mir ja noch nie passiert! Hehehehe! Hehehehe! Ihr habt den Peitschenmodus an! Hm! Rechen, Windrad, Zahnstocher, mysteriöses Schwert, Gabel, Plastikgabel, Schwert, das nur Geister tötet! Schwert, das nur Geister tötet? He, das ist dämlich! Gib her! Äh... Ja, okay! Los geht's! Aha! Jetzt hast du Krebs! Was? Ja, und jetzt stirbst du! In ungefähr sechs bis acht Monaten, je nachdem wie dein Körper auf Behandlung reagiert! Hey, da stehen wir zusammen durch! Danke! Also Leute, ich geh mal ein paar Telefonate führen! Äh, das ist doch langweilig, ich brauche irgendwas sofort Tötendes! Oh nein! Ah, jetzt geht's los! Ja! Wow! Ja! Nein! Stirb! Ja! Noch ein bisschen... Da, da ist so ein roter Knopf, der das Laserschwert verlängert, wenn ihr wollt! Ihr seid wirklich vorsichtig damit, das ist sehr empfindlich! Oh! Okay! Wow! Nichts! Nichts! Bewegen! Was hast du gesagt? Nein, nein, nein! Zeit für eine Scheiß-Titel-Melodie! Troopers! Larry und Rich! Oh ja! Troopers! Larry und Rich! Troopers! Oh yeah! Das sind Troopers! Larry und Rich! Ende.